Hallo, Hannes und ich zeige euch jetzt noch, und Helen ist hier unsere Superassistentin. Wir zeigen euch jetzt nochmal, wie ihr die Kinder noch dehnen könnt. Und zwar, dass sie sich ganz lang machen für starke Eltern, für starke Väter und starke Mütter. So, dann lasst ihr die Kinder mal schön runterhängen. Und jetzt, pass mal auf, kannst du das da rein tun? Wunderbar! Und noch mehr. Und die Hand darf auch arbeiten. Super! Und ich selber arbeite auch, wie man hoffentlich sieht. Klasse! Geht noch einer, und die anderen darf auch nochmal. Super! Prima! Willst du alle? Okay, dann ist der Film aber da auch zu lang. Ich würde sagen, wir machen den Schluss, er macht das ja super. Prima!